Vorgefunden haben wir den Lkw so liegend, der Anhänger hing quer noch fast auf der Fahrbahn, so dass wir mit zwei Kränen und zwei Abschleppwagen anrücken mussten, um den Anhänger wegzuheben und mit zwei Kränen das Fahrzeug aufzustellen und aus der Böschung zu heben. Also wir haben den Anruf gekriegt so um halb vier, halb fünf und kurz vor fünf, seitdem sind wir im Einsatz. Die Straßenverhältnisse waren teilweise katastrophal, weil die Stehdecke festgefahren war und da ist wie so ein Riffelmuster drauf, was immer noch glatt ist und das Salz packt das einfach nicht wegzumahnen. Wir haben jetzt den Anhänger schon geborgen, der ist schon zum Abtransport bereit. Der nächste Schritt wird sein, dass wir mit einem Kran nach Ausbau der Gelenkwelle das Fahrzeug anheben und auf die Räder stellen und dann mit dem zweiten Kran noch mit aufbauen und den dann zusammen rausheben. Osthessen News. Sehen, was bewegt.